Für die Behandlung von akuten Verletzungen gibt es eine sogenannte Pechformel. Ich muss sagen, da muss die Reihenfolge der Buchstaben stimmen, aber nicht die Reihenfolge der Maßnahmen, die dann dringend notwendig sind. Ein Verletzter denkt nicht in erster Linie, jetzt brauche ich mal eine Pause. Nein, der braucht Eis, ganz schnell, Eis und Kompression. Und da möchte ich sagen, das wird oft falsch gemacht, wenn ich das sehe, dass Eis direkt auf die Haut gelegt wird oder angebracht wird. Das verbietet sich. Dann muss immer noch eine Isolierschicht, ein feuchtes Handtuch dazwischen liegen, sonst gibt es Verbrennung. Ein Tipp wäre, so wie wir es im Fußball Jahrzehnte gemacht haben, wir nehmen einen Stutzenfüllen mit Eiskletzen, schlagen ihn auf den Boden, sodass wir sozusagen Crushed Eyes haben und das kann man an die Verletzung anmodellieren, ans Knie, an den Muskeln, wie auch immer. Und dann umwickeln mit einer Idealbindung oder Ähnlichem. Das sind die ersten Maßnahmen und da zählt die Zeit. Das muss so schnell wie möglich ausgeführt werden, denn eine Blutung, ein Bluterguss ist immer heilungsverzögernd. Der ist unser Gegenspieler. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, wir wollen möglichst rasche Heilungsergebnisse. Und der Bluterguss verzögert. Also das wäre eine Pechformel in anderer Reihenfolge. Klar wird dann ein Bein hochgelegt, es werden unter Umständen Gehstützen an den Verletzten gegeben und die Pause erübrigt sich. Das ist aber selbstverständlich, dass er mit einem verletzten Bein dann nichts weiter körperlich machen kann, sondern wirklich nur schonen und hochlegen und Pause. Klar. Ja. 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 Ja.